So, herzlich willkommen zurück zu Xtreme Biker Blablabla Folge 5 vom Turnier Oh ne, das ist ja gar nichts Ach, die heißt Drecksgas Moment, da muss ich jetzt nochmal ganz hell machen Sollte Asche heißen, aber naja Oh je, oh je Asche Der Aschebescher Der Eschebacher Ja, dafür ist die Leistung stimmt wenigstens für die Strecke Ui EimeshYU Ah, Scheiß Alles total verkackt wie das Ding rumdreh, ey Ha, das ist so Schade Is hab ich so mir zappelig Du zappelst phot Minneapolis Whoa헢 Software Ui Ach, was Die Johnson Die Johnson . Boah, ich bin jetzt Toni auch putz. Ja, bloß wenn du X rüsst, musst du aufpassen, dass du dich zu schnell bist. Sorry, Toni. Was war das denn? Mann, oh. Hier, Toni, weggeflogen. Sorry. Voll unfair. Ich war da nur scheißsam, oder? Ja. Ich bin halt an dem Ding verreckt, ja. Ich spawne komischerweise unten, Toni spawnt oben. Ich fahre die Schatze hoch, boom, fliegt der weg. Ich rolle gerade rückwärts, wollte Gas geben, wumms, übel den Schub bekommen. Übrigens, Top Speed von dem Motorrad 131 mit der Einstellung. Kann sein. Auf. Irgendwie ist meine Kamera gerade komisch, finde ich. Ja. Die, 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 ich weiß nicht, ich bin, irgendwie so weit weg vom Motorrad, das schaut, das ist viel zu so komisch. Ich krieg dann entrohung. Ja. Muss rauchen. Ach jeee. Mann, die Strecke ist scheiße. Ich finde es geht. Die hobelt, wenn es das nicht so wie die davor. Ja, aber ich sehe nichts. Ja, das stimmt. Doch, du siehst doch die Grenzen, oder? Ja, das reicht. Aber ich sehe die Schanzen nicht. Ja, die sieht man echt beschränkt. Also ich sehe sie gar nicht, weil bei meinem Computer ist ja der Kontrast höher und dadurch ist sich das alles schwarz. Bist du da nicht eher niedriger, wenn du... Nein, der ist höher. Weil wenn der Kontrast höher ist, ist die Spreizung ja größer. Somit Spreizung. Hm. Heißt, das... Etwas dunkler wird bei Melan ganz dunkler. Aha. Aha! Aha! Scheiße, hallo! Oh, scheiße. Oh, voll drüber geflogen. Toni auch. Oh. Hallo, ich! Wow! Und ich habe es in der Kamera. Eng. Rain, rain. Ja, ich hätte es auch, wenn ich aufgenommen hätte. Ach was, ne? Ja, aber ich habe euch gesehen. Ja, ja. Hier sind wir uns ganz gut, finde ich. Hier geht es, aber danach wieder wieder was da. Ja, hier ist super. Hier siehst du alles. Ja, aber hier... Dunkel. Vollfilm-Pubble. Einfach Asche. Oh, Alter, bin ich schnell. Ja, und da musst du eigentlich drauf passen. Ja, die Chance habe ich bisher kein einziges Mal richtig geschafft. Wie? Bitte? Die eine Chance habe ich bei... Jetzt noch kein einziges Mal richtig geschafft. Ja, am Anfang. Nach der 270-Grad-Kurve. So eine schwule Kurve ist, das ist... Sein Dreck. Das ist der einzige Scheiß eigentlich hier an der Strecke. Schwule Kurve, ja. So wie der... Dieser, ähm, Schlossklotzer. Der, äh, der... Der Wump-Block von Mad Mario 5. Alter, der ist so hart. Ich habe den auch noch kein einziges Mal geschafft. Der ist... Aber man kann ihn schaffen, das weiß ich. Ja, das geht, aber nicht auf den Einstellungen, glaube ich. Doch, doch. Schnell genug bist du. Scheiße, jetzt darfst du mich das erstmal hingehauen. Nein, 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 nein. Oh, voll raus. Weil wir fährt ja ganz schnell Müll zusammen, wenn ihr so weit hinten seid. Komm, komm, komm. Oh, Graz. Graz. Man muss ja abbremsen, sonst fliegt man voll raus. Ja, übel ist. Du fliehst voll drüber. Ich bin mit 131 Grad voll rausgeschossen. Voll übers Ziel raus. Komm, komm, genümpfe halt, bitte, bitte, bitte. Nein, nehmt mir nicht. Wir sind vor allem zwei in den Zweiter. Ich noch. Also jetzt nicht deswegen, oder? Ne, ne, ich war davor schon. Aber schon seit dem Weichen. Aber recht nah zusammen. Ja. Jetzt nicht mehr. Also die Platzierungen schauen fast so aus, als wären sie fest. Ja, fast. Schauen wir mal, wenn der Toni scheißbaut, bin ich vorne. Ja, wir fahren ja vier. Was ist das wohl? Scheißdreck. Das ist das Problem, ne? Ne, ne. Ne, ne. Dreh, Dreh. Dreh, Dreh. So, das Problem, ich habe genug Zeit, ob man den Sprung jetzt schafft oder nicht. Ja. Ja, ja, gut, wäre machbar. Man muss genau treffen. Ja, weil ich nur umgedreht habe. Ich wollte schauen, ob ich einen Sprung schaffe. Jetzt echt. Ey, wieso legst du den hin? Boah, nein. Doch. Gott sei Dank. Mit, äh, mit X schaffen wir diesen Einsprung voll geil. Ja, aber da muss man trotzdem rennen. Gerade über die Dinger drüber. Ja, ja, klar. Du musst halt zeitlich drehen. Und, 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 und. Ah, nicht ganz geschafft. Ah, jetzt habe ich sie auch perfekt. Schass, geschafft. Perfekt, du Mart. Und du musst schon echt vorher die Kurven schön nehmen. Jo. Ja, macht er das X nicht. Oh, was remst der da? Ich hab dich gleich. Ist ganz kurz in der Luft und dann macht er das X nicht. Mhm, das war eine Drexer. Was mach ich denn jetzt? Huch. Huch. Meine Herren, jetzt kriegst du wieder die Kurve nicht. Verpiesel den. Ich hasse das, wenn er rumhüpft, du kriegst die Kurve einfach nicht. Jetzt bin ich's weiter. Ja. Nice. Echt? Ja. Hihi. Ja, nix, hihi. Doch. Nicht hihi. Ich will auch noch. Ich werde jetzt kriegen Fallgleich nicht oder so'n Scherz. Nein, ich krieg den Fall nicht, weil ich wieder um die Kurven hätte ich sonst was und... Bin ich jetzt erster. Ne? Das ist ja das, warum ich mich dann auch so auch hinten bleibe. Ich hab nicht mal schnellst du runter, aber das ist genau der Grund. Seppi. Ja, ja. Ich sag, jetzt kriegst du wieder den Fall nicht. Einmal aus dem Flow raus und... Nix. Oh, ich bin ja richtig. Ab in deinem Sepi. Dessert, dessert, dessert. Da, ich sag. Dessert, da, ich sag. Aber es ist ja zum Einmal aus dem Flow raus. Warte, fuhrle Sau. Ha, 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 ha. So. Strecke 1 geschafft. er ist weg ein scheiß jetzt kommt was besseres nicht schlimmer doch nicht die Strecke kommt so oft er wird auch sehr viele Strecke oder so viel geiler und muss man glaube ich auch schon gefahren oder kommt vielleicht noch Prozent dann doch nicht wieder gar nicht erst los oder wie warum sollte ich ich kenne nicht oder was hat das denn er weiß dass die liege aber ich war es nicht mehr immer auf der angebung der scheiß ja ist klar ich hätte es gerade bei der über den lenkern das scheiße so wie dich scheiße doch der wird schon heiße doch er ist man gar nicht gemerkt hat dass er wieder voll abgekürzt hat ich habe nicht abgekürzt ich da hat er jetzt doch sie wie du voll dran vorbeigefahren bist also einer von euch beiden was auf jeden Fall ich bin ja Tony ich bin ich habe nach links gelenkt und er springt gerade raus hallo ich bin ich habe nach links gelenkt und er springt gerade raus hallo ich habe zwischen den zwei Hüggeln aufgekommen ach so ja und er hat halt nicht nach links gelenkt zur Scheiße sondern er ist geradeaus durch ich krieg das Nietzscheide das ist ja auch kack was denn ja keine Ahnung hat er gerade richtig getrickt sauber tricksen hier nee gibt Turbo Boost hab ich gehört ich schaff's einfach nicht okay der Teil ist echt scheiße finde ich bei Mario Kart ich mag den ich hasse den Widi-Pack ich hasse den Widi-Pack ich bremse hier mal ein bisschen und dann gebe ich hier wieder Gas ohhhh scheiße da hat er jetzt aber was gut gekriegt du ich hasse den Widi-Pack scheiße doch aber auch nicht Scheid richtig bekommen wie scheid ich will ja ich finde aber ja aber hier vor allem gegen Ende kann man schlecht was rausholen wenn man vor hinten ist nee ist unmöglich ich färd mal hier mit Folge an ey lieber nicht gell nee bisschen bisschen Gas weg dann gehts hängt dafür ab wie schnell du warst ja ich hab ein bisschen Gas wegnehmen müssen ich nicht der Anfang ist ganz chillig den mag ich sogar mittlerweile weil ich weiß wie er geht ja da gehst du schön runter und dann hoch ja und der ist symmetrisch richtig der Teil geht auch das Einzige was ich hier dann nicht mag ist die Kurve hier immer weg ich sehe nichts die ist doch geil der Teil ist naja da muss man ein bisschen abbremsen so dann gehts jetzt geh mal weg von meiner Linse Mensch dann hier auch wieder voll abbremsen also das ist hier grad ein lustiger Zweikampf ja ich mag die nicht boah lass dich vorkommen lass mich vorkommen ach fair vorgelassen ja ich mag das nicht wenn ich so nebeneinander fahre ja nicht mehr viel mehr nicht bei mir es nervt mehr als die Strecke selber ahja ja ist so wenns der Serp ist jo das stimmt oh jetzt haut's mir gleich hin oder ich versuche immer den Tony möglichst nicht wegzuhauen ja ist mehr warum weil sonst gibt's wieder Ärger same ne ne weil das da zurück macht hallo 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 so geil Mensch Markus halt wie dein nächstes ist halt zum Klassiker 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 so über das Ziel drüber springen ja geht auch da würde ich jetzt nicht immer nennen ach das ist scheißegal oh nein uah oh nein oh nein oh nein oh nein Toli bleibt genau am Ziel hängen oder? ne ganz knapp der Kopf der Helm war schon dran fast der Helm? ja da fliegt's ganz schön hoch auf den Einstellungen da mhm ja er heißt auch Himmelsstürmer ja aber auf den Einstellungen mein ich ja 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 er ist lecker genau Homer Rectors genau ja wo ist das nochmal? ähm tu äh quatsch hau mit your mother achso Homer Rectors genau ein scheißdreck ja hingelegt oder was? achso ne die Kämpfe das ist Serie Serie ich weiß ich liebe hau mit your mother das ist geil ja hey what dritt schon einfach noch vornüber was geht up also ich nehm mal an dass Domi dritter ist oder? jo das seien korrekt ich bin gar nicht so weit hinter dir Sabi das seien richtig ich war jetzt eigentlich auch gar nicht so weit hinten hab jetzt auch so ein paar Tricks draus mittlerweile geht die Strecke ah jetzt auf einmal ja ehrlich gesagt haste sie wie du bist du magst die nicht oder was Domi? nein ich find die eigentlich ziemlich geil die ist auch richtig schlimm wenn du die Schanzen einmal nicht schalt bekommst erwischst du jede Scheiße das ist aber bei Sprung 4 das genauso ne ne das ist anders und schreifst dann auch ganz anders dies ist cool aber du kriegst dir auch nix raus das ist und dies ist auch viel zu lang für 4 und ganz ehrlich ja scheiße schau wären das jetzt 3 ja gut hättest du auch gewonnen ohhh ne Tone hab ich mir gedacht da zieh ich ihn weg weil der geht mir auch nicht ist der ein Fixer ey ich spawne und der rausch mir hinten rein ich rausch ich rausch aus die Strecke raus in so'n Boller roms oh shit jetzt muss ich mich mal holen also das lass ich mich nicht auf mir sitzen 8 Runden lang ungeschlagen auf Himmelsstürmer und das meint er natürlich erst wieder der King ach jetz aber ich bin der King die Schanzen sind auch so steil wenn du mal so'n bisschen schief aufkommst da fliegst du so dermaßen weg ja und da musst du die Schanze hoch starten ja und du fliegst halt einfach in die andere Spur rein war bei mir gerade das kann auch passieren uiih nice gegrindet gegrindet und nach vorn der kürzt doch ab er gibt keine Punkte der kürzt doch ab NEIN was mach ich denn huch ja er kürzt wieder ab also das war beschränkt das was ich gerade gemacht hab oh nein 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 ich wollte doch auch jetzt hätte ich aufholen können aber nein hat er abgekürzt und hat verkackt oder was nein Schanze scheiße erwischt achso ich hab jetzt kein einziges Mal diese ganz vielen Schanzen erwischt mit 4 zu 3 ja ich hab die auf jedes Mal scheiße erwischt ja voll komisch hier hab ich einmal gut gemacht jetzt so wie jetzt nicht ja der war nice mit einem drüber oder was ja hab ich bisher hab ich ist mir jetzt erst aufgefallen das kann man ja auch machen es geht ja gut mit der Geschwindigkeit Toni ist nah dran scheiße 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 geh weg Toni geh bloß weg geh bloß weg ja ne das hol ich nicht mehr auf ja stimmt am ende kann man nicht mehr viel rausholen ne schaff ich nicht mehr sei denn der Zappi baut jetzt scheiße ja Suggestion ich hätte es gesagt das ist es das war ganz hinten aber knapp also nicht wird es jetzt ärgern z ja Trudel ist mit voll auf dich gelandet ich krieg deswegen auch nicht aus das ist er hat leider die auch nicht du wieder oder wer du wieder der letzte Woche ich bin so es wird um ihr Leben ich weiß auch paar Folgen hier wie er es muss ja der ist und die Rasse das ist doch ne noch weniger als ich ne ah ganz knapp ganz knapp ja der mir wieder rauskauen die scheiß Boller da drauf ui und wumm fast erwischt ja wieder nicht erwischt Toni geh weg ich will doch ihn erwischen ui ich schütz ihn ich bin sein Labberhater ich bin ein Pfal dich ist klar Eheh ja weh Torex über das Pepsin Max Schild übers große drüber hau noch wenn man so Freestyle endlich mal am Anfang mehr viele Freestyle Cups jetzt geht es gegen Ende kommt fast keine mehr ist erklärt das cool ach toll du bist gar eingesteckt mit dem Mikro was Soll ich euch zeigen, wie der Hammer hängt hier. Alter, das dreht echt slow. Aber ich stehe. Zwei Saltos gehen. Ja klar, easy. Ach gern die scheiß Schanze da oben drauf. Naja, so easy nicht, aber... Haben schon zwei, sechs. Ich hab mir eins, fünf. Gut, hier zählen aber auch nicht die Punkte an sich, sondern die zehn Punkte. Also nicht, wer erster ist von den Punkten hier, sondern wer zehn Punkte kriegt. Also alle. Nö, nicht unbedingt. Jetzt ich krieg andauernd keine Punkte. Frage, wie lang? Zwei Minuten nur fällt mir gerade ein. Scheiße. Scheiße doch. Scheiße doch. Ja, geh, dreh halt. Ich hasse es. Ach komm. Ich hab jetzt auch keinen Trick machen können. Oh oh, eine Minute ist um und ich hab erst zwei, acht. Scheiße. Ich hab mehr. Vier, fünf. So. Jo, der könnte Punkte geben. Mann, mach da wieder einen Trick nicht. So, als dürfte ich so ein paar haben, ne? Ja, ein paar. Brauchst der Paar. Brauchst ein paar acht. Dreh halt, meine Fresse. Safety first here. Oh! Wow! Grad noch geschissen gekriegt. Ein Pikahuna zu über der Hälfte am Boden gemacht. Jetzt hab ich 10.000. Hab ich ja auch. Ich hab sogar 11.5. Na, es ist Kopf-an-Kopf-Rennen, muss man sagen. In der Tat. Aber es ist eigentlich irrelevant, weil... Ja, die 10 Punkte sind ziemlich sicher, sagen wir das so. Scheiße! 11.8. Ich hab sogar mehr als du, du Lapp. Viel mehr als du. Ich hab 14.000. Über 14. Ich hab 12. War's. Ja! Domi, das war scheiße. Das war echt scheiße. Aber dafür 7,1 ist schon ne Frechheit. So. Bis zum nächsten Mal. Adios. Ciao.